Brose Bamberg TV In den kommenden Tagen, Wochen, Monaten und dann in der Spielzeit 2018, 2019. Die Fragen, die dürft ihr sehr, sehr gerne stellen, denn sie steht an die dritte Ausgabe unseres Brose Bamberg Podcasts. Irgendwann in der nächsten Woche würde ich sie gerne aufzeichnen mit unserem Geschäftsführer mit Rolf Bayer. Wie immer gilt, ihr stellt die Fragen der Geschäftsführer bzw. wir beantworten sie. Wie in diesem Fall, gerne alles, was euch auf und unter den Nägeln brennt, an mich schicken. torsten.vogt.brosebamberg.de Und dann stelle ich die Fragen 1 zu 1 und allesamt nächste Woche an Rolf Bayer. Brose Bamberg TV Spielberichte, Livestreams, Interviews und Stories